Eine Adoptivmutter hat das Baby mit einem Herzen voller Liebe aufgenommen, und in dem Moment, als ihre Blicke sich trafen, blühte eine erstaunliche Ähnlichkeit auf, die alle Erwartungen herausforderte. Während sich das Geheimnis vor ihnen entfaltete, schien das Schicksal aufregende und unerwartete Lektionen für diese Familie bereit zu halten. Was wird über die Vergangenheit enthüllt, und was hält die Zukunft für diese einzigartige und außergewöhnliche Reise bereit? Julia erhielt eine Diagnose, die unglaublich schien. Der Arzt sagte mit einem ernsten Blick, dass sie nicht mehr in der Lage sein würde, ein Kind in ihrem Bauch zu tragen, da dies ihr Leben gefährden würde. Diese Worte fielen wie eine Lawine über sie, und die Nachricht traf sie mit erdrückendem Gewicht. Sie hätte nie gedacht, dass so etwas in ihrem Leben passieren könnte. Tränen liefen über ihr Gesicht, und ihr Ehemann Ricardo versuchte hartnäckig, sie zu trösten, indem er ihre zitternden Hände hielt. Julia und Ricardo waren seit drei Jahren verheiratet und teilten beide den aufrichtigen Wunsch, eine große Familie zu gründen. Ihre Träume waren voller Bilder von einem Haus voller Gelächter, mit reich gedeckten Tischen während des Mittagessens, um all die Kinder unterzubringen, die sie haben wollten. Zusammen hatten sie sogar schon einige Namen für diese Kinder überlegt. Doch sie hätten nie vorhersehen können, welche Diagnose sie jetzt konfrontierte. Julia hatte bereits eine gesunde Schwangerschaft erlebt. Sie war die Mutter eines jungen Namens Henri, der immense Freude in ihr Leben brachte. Nach Henri´s Geburt hatte der Arzt gesagt, dass eine erneute Schwangerschaft sowohl für sie als auch für das Baby ein Risiko darstellen würde. Es war, als ob sich in diesem Moment ein Abgrund unter ihren Füßen aufgetan hätte. Julia und Ricardo waren jung und voller Gesundheit. Sie hatten sich während ihres Studiums kennengelernt, wo sie beide Jura studierten. Julia war damals eine engagierte Studentin mit einer Leidenschaft für Gerechtigkeit und einem unerschütterlichen Willen, anderen zu helfen. Ihr scharfer Verstand und ihre Intelligenz machten sie zu einer der herausragendsten Studentinnen in ihrem Jahrgang. Ricardo hingegen war ein ebenso engagierter Student. Er hatte eine warme Persönlichkeit und einen bezaubernden Sinn für Humor, der ihn bei seinen Kommilitonen beliebt machte. Während sie dieselben Kurse und Lerngruppen besuchten, kamen Julia und Ricardo einander näher. Ihre Beziehung entwickelte sich aus einer soliden Freundschaft heraus, da sie gemeinsame Interessen und ähnliche Werte teilten, wie die Bedeutung von Gerechtigkeit und Gleichheit. Nach dem Studium verfolgten Julia und Ricardo Karrieren im juristischen Bereich, wobei Julia in einer gemeinnützigen Organisation arbeitete, die sich für die Rechte von Kindern einsetzte, während Ricardo als Anwalt für Bürgerrechte tätig war. Diese Worte forderten einfach alle Erwartungen heraus, die sie für die Zukunft hatten. Aber sie konnten sich nicht vorstellen, wie erstaunlich das Leben sein könnte. Die anfängliche Verwüstung begann im Laufe der Zeit zu verblassen, aber Julia hatte ihren Traum, eine große und fröhliche Familie zu haben, nicht aufgegeben. Sie wusste, dass sie einen anderen Weg finden musste, um dieses Ziel zu erreichen. Und zusammen begannen sie, die verfügbaren Optionen zu erkunden, wie Adoption und andere Möglichkeiten, eine Familie zu gründen. An einem Abend entschieden Julia und Ricardo, das Thema Adoption anzusprechen, während sie ihre Tassen Kaffee in einem gemütlichen örtlichen Kaffee genossen. Julia fixierte ihren Blick auf ihren Ehemann, ihr Gesicht spiegelte eine Mischung aus Hoffnung und Unruhe wieder, die sie in letzter Zeit begleitet hatte. Mit einem Hauch von Besorgnis in ihrer Stimme brachte sie die Idee auf, ein Baby zu adoptieren, und fragte, was er darüber dachte. Ricardo zögerte nicht und gab eine Antwort, die Julias Herz mit Wärme und Dankbarkeit erfüllte. Er sagte, dass er kein Problem mit der Idee hatte, denn er wusste, dass, wenn sie adoptierten, dieses Kind ihr Kind sein würde, unabhängig von der Blutsverwandtschaft. Julia fühlte eine Welle der Liebe und Bewunderung für ihren Ehemann, und ein strahlendes Lächeln erhellte ihr Gesicht. Ricardos Antwort war alles, was sie erwartet hatte und mehr. Die Liebe, die sie für ihn empfand, die bereits stark war, wurde in diesem Moment noch stärker. Ein paar Tage nach diesem Gespräch begannen sie, getrieben von Liebe und dem Wunsch, ihre Familie zu erweitern, den Adoptionsprozess. Der von ihnen gewählte Weg war nicht einfach. Es beinhaltete das Ausfüllen von Unterlagen, Interviews und eine quälende Wartezeit. Aber Julia war entschlossen, einem Kind, das es brauchte, Liebe zu schenken, genauso wie Riccardo an ihrer Seite stand und sie bedingungslos in jedem Schritt des Prozesses unterstützte. Sie wussten, dass am Ende des Weges ein Zuhause und eine Familie auf ein Kind warteten, das auf sie gewartet hatte. Gemeinsam waren sie bereit, jede Herausforderung zu meistern, um diesen Traum wahr werden zu lassen. Endlich war der Tag gekommen. Julia und Riccardo erhielten einen Anruf von einer Adoptionsagentur, die ihnen mitteilte, dass ein Baby ein Zuhause brauchte. Ohne zu zögern nahmen sie die Gelegenheit an und holten das Baby aus dem Krankenhaus ab. Als Julia zum ersten Mal das kleine Wesen in ihren Armen hielt, spürte sie eine überwältigende Welle der Liebe, die sie nie für möglich gehalten hatte. Das Baby war ein Mädchen namens Sophia und die Familie nahm sie vom ersten Moment an als ihr eigenes Kind auf. Sie konnten ihr Glück kaum fassen, Sophia in ihrem Leben zu haben. Das Mädchen war wunderschön, mit neugierigen Augen, die die Welt um sie herum erkunden wollten. Julia und ihr Mann waren bereit, alles zu tun, um sicherzustellen, dass Sophia glücklich und gesund aufwachsen würde. Sophia weckte in dem Paar den Wunsch, in Zukunft weitere Kinder zu adoptieren, da sie erkannten, dass es viele andere Kinder gab, die auch ein liebevolles Zuhause brauchten. Nach einer Weile mit einem bereits in die Familie integrierten Mädchen sollte sich eine aufregende Wendung ergeben. Während sie sich um das Kind kümmerten, begann Julia etwas Überraschendes zu bemerken. Das Mädchen hatte eine sehr eigenartige Geburtsmarke am Nacken, die ihr sehr bekannt vorkam. Eine stupsige Nase, die auffallend der ihrer Familie ähnelte, fiel Julia auf. Die adoptierte Tochter sah physisch Henri, ihrem Bruder, sehr ähnlich. Außerdem war das Mädchen unglaublich energisch und emotional, genau wie Julias Eltern sie als Kind beschrieben hatten. Die Gästen und Verhaltensweisen waren so vertraut, dass Julia nicht glauben konnte, dass es nur Zufälle waren. Julia fragte sich, ob die Ähnlichkeit auf das Zusammenleben und den Einfluss von ihr, ihrem Bruder Henri und Ricardo auf das Kind zurückzuführen war, aber die physische Ähnlichkeit war unbestreitbar. Die Vorstellung, dass das Kind mit ihrer Familie in Verbindung stehen könnte, begann ihre Gedanken zu beherrschen. Entschlossen, dieses Geheimnis zu enthüllen, beschloss Julia, Informationen über die Herkunft des Mädchens beim Waisenhaus einzuholen. Das Waisenhaus hatte jedoch strenge Vertraulichkeitsrichtlinien und konnte keine Informationen über das Kind vor der offiziellen Adoption preisgeben. Julia und Ricardo verstanden die Bedeutung dieser Richtlinien, konnten aber die intensive Neugierde, die sie ergriff, nicht ignorieren. Verzweifelt, um die Verbindung zwischen ihr und dem Mädchen zu verstehen, beschloss die Familie, einen drastischen Schritt zu unternehmen. Sie führten einen DNA-Test durch, indem sie Speichelproben des Kindes sammelten und sie an ein vertrauenswürdiges Labor schickten. Der Prozess war langwierig und quälend, aber schließlich kamen die Ergebnisse. Als Julia den Umschlag öffnete und die Informationen sah, füllten Tränen der Überraschung und Freude ihre Augen. Das Kind war tatsächlich mit Julia verwandt und diese Enthüllung ließ viele Dinge Sinn ergeben. Sie hatten den Verdacht, dass das Mädchen ihr leibliches Nichte sein könnte. Mit der Bestätigung in der Hand fühlten sie eine Mischung aus Emotionen. Julia, begleitet von Ricardo und Amri, beschloss, das Haus ihrer Eltern zu besuchen, um die faszinierende Wendung zu teilen, die sich entwickelt hatte. Als sie die Wahrheit über ein Kind enthüllte, waren ihre Eltern völlig überrascht. Sie zeigte ihnen die DNA und das Geburtsmal auf Sophias Nacken. Der Moment war von intensiven Emotionen geprägt, während die Familie die Enthüllung verarbeitete, dass dieses Mädchen tatsächlich Teil ihrer Blutsfamilie war und das Schicksal wieder zusammengeführt hatte, was einst getrennt war. Die Eltern erkannten sofort das Geburtsmal, das tatsächlich sehr ähnlich dem von Laura, Julias älterer Schwester, war. Julia hatte eine Schwester, zu der sie vor vielen Jahren den Kontakt verloren hatte, aufgrund schmerzhafter Streitigkeiten in der Familie. In der Vergangenheit hatte Laura sich mit einem Jungen eingelassen, der oft in Schwierigkeiten geriet und in illegale Aktivitäten verwickelt war. Julias Eltern waren besorgt um die Sicherheit und die Zukunft von Laura und lehnten ihre Beziehung zu diesem Jungen stark ab. Sie äußerten ihre Bedenken und baten sie, vernünftigere Entscheidungen zu treffen. Laura jedoch war verliebt und beharrte darauf, ihren eigenen Weg zu gehen, in der Hoffnung, ihn ändern und dazu bringen zu können, einen besseren Weg einzuschlagen. Die Spannungen nahmen zu, als die Diskussionen zwischen Laura und ihren Eltern eskalierten und in immer bitterere Streitereien mündeten. Schließlich traf Laura eine drastische Entscheidung und brach jeglichen Kontakt zur Familie ab, einschließlich ihrer Vertrauten, ihrer Schwester Julia. Dieser Streit hinterließ tiefe Spuren bei allen Beteiligten und Laura verschwand viele Jahre lang aus ihrem Leben, ohne Nachrichten zu hinterlassen. Die Familie sehnte sich nach Versöhnung, aber Lauras Stolz und Groll verhinderten jeden Versuch einer Wiedervereinigung. Sie beschlossen, eine gründliche Untersuchung ihrer Vergangenheit durchzuführen und fanden schließlich eine enge Freundin von Laura. Diese Freundin enthüllte eine bewegende Wahrheit über Lauras Leben, indem sie offenbarte, dass sie eine Reise voller Widrigkeiten und Herausforderungen durchgemacht hatte. Laura brachte alleine Sophia zur Welt, da der Vater des Kindes, derselbe Mann, mit dem Laura sich mit ihrer Familie gestritten hatte, sie verlassen hatte, als er von ihrer Schwangerschaft erfuhr. Laura erlebte schwierige und einsame Zeiten während ihrer Schwangerschaft und den ersten Monaten von Sophias Leben. Diese Freundin sprach über Lauras Wunsch, wieder mit ihrer Familie in Kontakt zu treten, hatte aber zu viel Scham, um zurückzukehren. Und an einem schicksalhaften Tag war Laura, nun eine alleinerziehende Mutter, dabei, sich auf einen weiteren harten Arbeitstag vorzubereiten, als sie ihr kostbares Baby in die Kindertagesstätte brachte. Leider hatte das Leben andere Pläne. Laura verlor ihr Leben bei einem tragischen Unfall auf dem Weg zur Arbeit und hinterließ die kleine Sophia als weise. Die Familie war zutiefst erschüttert, als sie von dem Geschehen erfuhren. Das Gewicht der Tragödie brachte tiefe Trauer mit sich, denn sie erkannten, dass sie nicht genug Zeit mit Laura hatten und keine Gelegenheit zur Versöhnung vor ihrem Abschied gehabt hatten. Aber sie waren auch überrascht von dem, was geschah. Es schien, als ob das Schicksal auf irgendeine Weise darauf hinwirkte, dass Sophia ihren Weg zurück zur Familie fand, die sie nie gekannt hatte, als Beweis dafür, dass das Leben selbst in den tragischsten Situationen überraschend schöne Wendungen bringen kann. Die Familie stand vor einer bewegenden Situation. Julia und Ricardo konnten ihrem eigenen Neffen ein Zuhause und eine Familie bieten, indem sie das Kind in ihre wahre Familie aufnahmen und die Lücke füllten, die durch den Verlust ihrer Schwester entstanden war. Die Adoptionreise, die mit dem Wunsch begonnen hatte, eine Familie zu gründen, führte schließlich zur Wiedervereinigung verlorener Verwandter. Die Vorstellung, dass Sophia, ein Waisenkind, ihren Weg zurück zu ihrer biologischen Familie durch die Adoption von Julia und Ricardo gefunden hatte, war ein Beweis dafür, wie die Fäden des Schicksals auf überraschende Weise miteinander verwoben sein können. Obwohl sie die Gründe, die sie daran hinderten, mehr leibliche Kinder zu haben, nicht vollständig verstanden, bemerkten sie, dass es eine tiefere Ursache für die Schwierigkeiten gab, mit denen sie konfrontiert waren. Die Familie wuchs und stärkte sich im Laufe der Zeit, während Julia und Ricardo ihren Wunsch erfüllten, mehr Kinder zu adoptieren. Jede neue Adoption brachte Freude und füllte ihr Leben mit Lachen und bedingungsloser Liebe. Sophia, das Mädchen, das so viele Überraschungen in das Leben von Julia und Ricardo brachte, wurde eine liebevolle Schwester und ein Vorbild für ihre adoptierten Geschwister. Das Haus war immer voller Musik, Gelächter und Liebe, und die gemeinsamen Familienessen waren echte Glücksmomente. Sie wussten, dass sie Herausforderungen bewältigen und Hindernisse gemeinsam überwinden würden, aber diese Erfahrungen brachten sie noch enger zusammen. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, erwägen Sie bitte, ein Like zu hinterlassen und sich das nächste Video anzusehen, das gerade auf Ihrem Bildschirm erscheint. Sind Sie noch nicht abonniert? Abonnieren Sie jetzt, um keine weiteren Videos zu verpassen und helfen Sie uns, noch weiter zu wachsen.